Das ist unser VW Grand California. Er ist komfortabel, smart und extrem stylisch mit einem großen Raumgefühl und bietet zudem höchsten Saar-Komfort. Bestens geeignet für deinen Roadtrip als Familie, unter Freunden oder als Paar, bietet unser Grand California Wohlfühlgemütlichkeit für bis zu drei Erwachsene und einen kleinen Abenteurer oder auch zwei Erwachsene und zwei Kids. Unser VW Grand California bietet dir alles, was du für eine komfortable Campingreise brauchst. Mit deiner voll ausgestatteten Küche kannst du jedes Essen zaubern und es dir damit in deinem Wohnbereich gemütlich machen. Du hast ein vollwertiges Bad mit Waschbecken, Dusche und WC und zudem angenehme Bewegungsfreiheit und viele Verstaumöglichkeiten in deinem Camper. Unser Grand California bietet dir zwei großzügige und gemütliche Schlafbereiche im hinteren Bereich und über der Dinette. Hier oben ist es besonders gemütlich für Kids auch zum Spielen. Es gibt einen Rausfallschutz und sogar ein Sternenpanoramafenster. Ein Camper ist mit Automatik, einer Rückfahrkamera sowie vielen zusätzlichen Sicherheitsfeatures ausgestattet. Selbstverständlich kannst du ihn mit einem Führerschein der Klasse B fahren. Noch ein Tipp für Neuninge? Nur Mut! Du gewöhnst dich schnell an die Größe und das Fahren eines Camperbands. Auf der Straße hast du damit höchsten Fahrkomfort. Und jetzt? Worauf wartest du? Ab in deinen Abenteuerurno! nicht mit einem Führersteiner!